ja hallo hier sind wir wieder ein kleiner fail musste raus wieder rein gehen wir mal panos besuchen das ist jetzt keine neue folge da ist immer noch die gleiche folge wo panos chillt ja ich sollte eigentlich mein geburtstag mein weihnachtsgeschenk kriegen aber fahren wir dahin alter die karte ist einfach nur lahm bei der beschleunigung was hab ein auto das zieht ich bei beschleunigung eiskalt ja auch wenn ich dich töte ich wollte noch weiter und zieht nicht ich hatte schon versucht mit motorrad hier auf eis auf schnee zu fahren ich habe keinen bock auf die schnauze zu fallen oder doch kaum schießen ab ich habe ihn ich habe motorrad naja noch nicht alter war das hat denn für eine kack motorrad principe nemesis aber doch so schräg ist hier nicht ok fahren wir zu panos ok ist besser mit motorrad als mit kia fahrzeug mit auto mit motorrad kommst du schnell von a nach b ja und er rutscht auch nicht so sehr ja mission von gerard habt ihr bock auf eine mission von gerard erst muss panos fahren dann können wir ja auch noch anschein ok aber ganz schön lange nacht fällt mir darauf ja und bullen vor mir ich habe zwar kann doch ich habe doch ein stern okay ich darf nicht mal sucht dann findet man das nicht ja ab noch mal suchst findet man was suchst du denn ein geschenk wenn ich es nicht suchen würde dann würde es über rumfahren ok hast du du willst mir ein auto schenken ja ah geil ach nee was soll ich dir schenken lkw oder was ne lkw kannst du behalten geld ah ach du scheiße bin tot nein nein das war jetzt ein fahrer aber geld könntest du mir auch schenken ne so ein paar millionen wer holt mich ab wissen du 20er wäre gut oder leute nicht während der aufnahme über unsere privaten angelegenheit reden private angelegenheit ja seltsam bleibt man dort wo bist du denn naja 2,8 kilometer man muss jetzt hier chillen oder was ja chill einfach wo ist denn eigentlich panos ich fahre hier hin da und die straße aus ja alter hinter mir oder wo ist denn panos hingegangen ja da findest du da findest du bestimmt keine fahrzeuge in die ballerei ach so du bist auf der autobahn ja hol mich ab panos ok ok noch ein wegpunkt zu dir ja da bist du grad ja wo ist denn jetzt hier vor mir hinter mir nein bin sofort da darf ich denn auch wissen was ich geschenkt krieg doch nicht etwas oh man ich hasse geschenke man darf nie vorher wissen was man geschenkt kriegt wenn du mich umfährst töd ich dich was ist das denn für eine karre alter jetzt bist du hier oder was komm wir fahren erstmal hier ein bisschen fahr mal vor ja komm ich steig ja wenn du eine karre suchst ist der tipp bei gta musst du erst eine karre besitzen also du findest jetzt wahrscheinlich nur lotus weil du in lotus fährst willst du in porsche dann musst du mit porsche rumfahren ist eigentlich die schräge logik denn wenn ich ein porsche habe suche ich ja kein porsche aber was wollen wir machen ist nun mal so alter wo hast du fahren gelernt ich glaube du kriegst in dieses leben noch kein führerschein was sagt man immer führerschein im lotto gewonnen panos was machst du alter bist du besoffen ich bin noch tot bevor wir hier panos lass mich aussteigen lass mich aussteigen nein ich muss jetzt zur junior stadt kommen dann reparier ich das auch ja dann fahr gechillt dann fahr gechillt neorada lass mich bei dir einsteigen ja dann steig aus weil wir sind sofort da er lässt mich nicht aussteigen töte ihn neos töte ihn nein mach keinen scheiß so tunig werk start auto reparieren so wenn du lässt mich aber erst aufsteigen oh geil fahr zurück ich will ein auto da haben fahr zurück ich will ein auto haben da fahrt sich bestimmt den schnee ganz geil alter schaffst du es heute noch völlig ja da fahrt eiskalt weiter da wächst er ich will mein auto abend hast du denn steig ein wenn du willst ne 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 ich hole mir hier das auto fahrs in die werkstatt rein reparierst ja siehste wenn man geile freunde hat hier wie neorada und panos dann geht alles dann kriegt man jede karte ich habe auch so eine neo alter ohne reife wo ist die tuning werkstatt alter panos da sind bullen ich habe einen stern gleich auch jetzt habe ich zwei hier er fahrt auf die straße runter alter schnee ich hasse es schon wieso ist doch lustig mit einer muscle cutter driftest du nur ja aber deins folgete und bei dir geht das auch ganz geil bei mir nicht ok polen sind weg panos hast du mal 30.000 für mich wo ich zum teufel ist die scheiße werkstatt ja ich hab ich will tun mal ein auto damit ich verkaufen kann weil ich will panzer 100 prozent einbauen ja übrigens leute habt ihr das gerade gehört mitgekriegt wenn ihr pleite seid und ihr habt ein freund der zufälligerweise millionär ist oder ein paar hunderter zu viel hat lasst euch ein auto voll tunen klar geht ein bisschen kohle dran verloren aber es ist ja für einen guten zweck damit man irgendwie vom fleck kommt ich mache es leider noch nicht weil ich will selber erstmal hier ein bisschen kohle verdienen wenn ich mal an der werkstatt hier ankomme wer von euch hat sterben ja die bull sind aber auch rabiat die rahmen ihre eigenen leute schaffen wir das bis zur werkstatt leute das weiß ich leider nicht was hast du denn hinten da hängen das ist ein ruhig lieber ich weiß was das ist aber hebt er sich vorne wenn du gas gibst leider nicht aber sieht cool aus also der hauptsache ne reparatur 400 was anderes brauchen wir nämlich nicht sonst ist unsere kohle weg delta du hast genug nee gamma hat genug delta hat nicht genug ach so ja 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 wenn du mir sagst was du für ein auto mehr schenken möchtest dann könnte ich vielleicht mithelfen suchen okay sagst du ein sand king ach so ein sand king kriege ich alle so geschenkt das ist nice äh ja dann ja dann ey panos dann geh ich mal wo wir für blue world eingesucht haben ne da haben wir ja so übelst viele gefunden ja und jetzt finden wir nicht mal einen ja auch meine lichter sind kaputt alter vater alter schloss die idee werde damit ich auch mit einer rumpf oder ja hab ich doch vorhin schon gesagt wenn du mit einem auto fährst dann find du auch eins Komm, Alex, hol du deinen auch, okay? Komm mit. Bist du schon mal fleißig? Leute? Ja. Nach 5 Uhr gibt's Essen. Frühstück. Frühstück um 12? Naja, natürlich, wenn jetzt wieder Aufstieg. Ja, dann hau ab. Dann krieg ich halt dein Geschenk. Doch, wenn ihr es findet, dann ist alles so. Ja, alles in Ordnung ist nicht, denn wir auf, wir nehmen gerade auf, ne? Beeil mich, ja? Bist du? Ja. Alter, wo bist du denn gerade? Ich so, ein Sand King. Versuch nicht drauf zu gehen. Alter, ich will ein Sand King. Du musst dir dann bei Tag mal meine Karre angucken. Ja, mach ich sobald es wieder Licht gibt hier. Alter, wo findet man hier ein Sand King? Ja, Leute, ähm, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Sonst wird das hier zu krass. Ich verspreche, ich werde nur ein Sand King, ähm, suchen und nichts anderes machen. Und bis später.